Herzlich Willkommen zu meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Andreas Hähnl. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich suche den effizientesten Elektrofahrer ganz Deutschlands und zwar mit seinem IONIQ Elektro. Ich hatte versucht, es im Januar schon mal zu starten, da war leider das Wetter zu schlecht. Jetzt denke ich am 08.06.2019 haben wir doch ein bisschen besseres Wetter. Es wird keine Regeln geben. Wir werden hintereinander wieder wegfahren. Meine Strecke 150 Kilometer. Ihr könnt einstellen, was ihr wollt. Ohne Klimaanlage, ohne Klimaanlage, Fenster auf. Ihr könnt mit 5 Personen fahren und alleine. Ist mir völlig egal. Ich suche 5 IONIQ Elektrofahrer aus Deutschland, die sich dann bei mir gerne anmelden können unter info at mr-energiewende.de Ich würde es auch unten nochmal in die Beschreibung mit reinpacken. Da könnt ihr euch dann, wie gesagt, bewerben. Was möchte ich erreichen? Ich möchte, dass der IONIQ, da er das effizienteste Fahrzeug ist, möchte ich jedes Jahr den effizientesten Fahrer mitteln. Und als Preis gibt es einen Monsterpokal. Und zwar wurde mir der gesponsert von der Firma Die Neue Linie GmbH. Das verlinke ich euch auch unten. Und jetzt will ich euch mal den Riesenpokal zeigen. Schaut euch das Ding mal an. Oben steht dann, wie gesagt, IONIQ. Und unten der effizienteste Elektrofahrer 2019 in Deutschland. Den werde ich dann, wie gesagt, jedes Jahr aufs Neue ausrichten. Derjenige, der dann gewonnen hat, der nimmt natürlich automatisch dann immer wieder teil an dem Wettbewerb. Also ein tolles Teil. Wie gesagt, wird dann jedes Jahr weitergegeben. Oben steht, wie gesagt, Hyundai dann auch noch drauf. Unten dann wird jedes Mal das Jahr dann ergänzt. Den könnt ihr dann ein Jahr bei euch zu Hause dann irgendwo hinstellen. Und könnt sagen, ich bin der effizienteste Fahrer in Deutschland. Ja, was soll ich noch sagen? Also, wie gesagt, macht mit da draußen. Es gibt mittlerweile so viele IONIQ-Fahrer. Und ihr wisst, ihr habt das effizienteste Fahrzeug in Deutschland. Jetzt müsst ihr euch nur noch trauen. Wie gesagt, schreibt mich an. Macht mit. Ich suche also fünf IONIQ-Fahrer oder Fahrerinnen. Ich selber werde natürlich nicht gewährt. Ist ja ganz klar. Ich werde als Hase vorne raus voraus fahren. Würde dann die Strecke vorgeben. Ihr fahrt dann, wie gesagt, in der Kolonne hinterher. Und wir werden dann natürlich die Verbräuche dann jeweils auch zurücksetzen. Und am Schluss werden wir ankommen in Hippertstein an der A9. Da gibt es mehrere Ladesäulen. Da könnt ihr dann auch am Schluss laden, wenn ihr dann nach Hause fahren wollt. Und dann werden wir mal sehen, wer der effizienteste Fahrer oder Fahrerin in Deutschland ist. Ich freue mich riesig drauf. Jetzt seid ihr gefragt. Macht mit. Und dann sehen wir uns am 08.06.2019 bei mir. Macht's gut. Bis dahin. Euer Andreas Hähnl. Ciao.